Die Berliner Piraten stimmen darüber ab, ob sie sich von der Bundespartei lösen wollen. Hintergrund war der Sonderparteitag in Halle im Juni. Die Berliner kamen bei der Neubesetzung des Bundesvorstands nicht zum Zug. Das verschärfte den parteienternen Flügelstreit. Die Piraten kämpfen in Berlin ums politische Überleben. Das wird natürlich umso schwerer, wenn da eine Bundespartei ist, die uns möglicherweise einfach wie so ein Mühlstein an den Beinen hängt und wir deswegen ersaufen. Es bindet auch unheimlich viele Kräfte. Es gab ja, das ist ja bekannt, immer wieder auch Anfeindungen gegen die Berliner oder gegen den Berliner Landesverband. Das heißt, da ist jetzt noch nicht mal so viel Frustration da, sondern die Leute sagen sich einfach, naja, vielleicht ist es ohne euch auch ganz schön. Und leider kann ich das sogar nachvollziehen. Bis Ende kommender Woche wollen die Berliner Piraten über den Antrag zu einer Loslösung von der Bundespartei abstimmen.